Moin moin und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Runde War Thunder. Ja, lange nicht mehr gespielt das Spiel. Wie man sieht, ich habe hier ein paar schwächere deutsche Flugzeuge ran. Drinne, rein, Quatsch. Drinne, ich bin ein bisschen mehr auf, ja, wie sagt man das, was ist denn das? Auf schwere Jäger gegangen von den Deutschen und die sind nicht so geil. Nicht mehr so geil seit den Patches, wie ich finde. Jetzt muss ich mir die anderen aber alle freispielen. Die FWs und die BFs von den Deutschen. Und ja, ich dachte, es ist vielleicht ganz abschließungsreich für euch mal wieder ein bisschen was auszusehen. Ich finde das Spiel relativ gut, ist auch Free-to-Play. Falls ich das noch nicht, habe ich bestimmt schon mal gesagt. Aber kann ja sein, dass sich jetzt in der letzten Zeit so ein bisschen die Zuschauerzahl erhöht hat von den Abonnenten von dem Kanal. Alter, so viel Fun in einem Satz. Dass das mal ganz nett ist, wenn man hier und da, ich zwischen Warwick-Videos auch mal sowas reinstreue. Werde ich dann ja sehen. Ich schätze mal, da klicken nicht so viele drauf. Und ich hoffe, dass ich jetzt nicht so lange Wartezeiten habe. Weil es ist schon relativ spät. Da kann es sein, dass das mal nicht so viel online ist. Ah, das ging ja. 49 Sekunden. So, hoffentlich, ich lümmel nicht rein. Ich muss jetzt mal mein Trinken hier wegstellen. Sollte man nicht tun. So. Ich fange mit der MC an. MC 202. Ja. Was ist das? Oh, das ist einfach ganz normal. Das störe alle. Bodenangriff. Ah, da steht es ja. Leichte Fahrzeuge, alles klar. Da geht es auch schon los. Ja, ganz nette Grafik, ne. Wie man so sieht. Kann sich das Spiel auf jeden Fall sehen lassen. Das Street2Play-Spiel, wie ich immer finde. Das ist jetzt kein Spiel, wo ich sagen würde, das können die den ganzen Tag spielen. Aber so ein paar Runden am Tag würden wir echt fit gehen. Ich hatte da eigentlich immer wieder Bock drauf. Weil ich mache auch so das Setting zweiter Weltkrieg. Den mache ich sowieso. Aber dann diese nostalgischen Flugzeuge. Richtig geil. Hose ich mir den. Kriege ich dann. Oh, wegkriege ich den. Come on. Leih, was ist denn mit dem? Ist der FK? Keine Ahnung, was mit dem ist. Der ist auf jeden Fall down. Bewusstlos, Mama. Klappach. Oh, shit, ey. Es ist aufpassen, dass ich hier nicht mein... Oh, lol. Den hat es doch bröselt. Dass ich hier nicht meine Kontrolle verliere. Wegen zu viel Überlast. Das gibt es doch nicht. Scheiß Gladiator, ey. Abschlusshöfe. Geil. Ein Japaner. Ein Japaner. Beziehungsweise ein japanisches Flugzeug. Oh, der schützt sich gerade auf unseren... Alter, fuck you. Auf unseren Bomber, würde ich sagen. Interessante Flugmanöver. Oh, der schützt sich gerade auf unseren. Okay. Der Schützt ist ja der Schützt. Oh, der schützt ist ja der Schützt. Easy Ich werde von noch einem verfolgt Kontrolle über das Heck verloren Der steht sowieso da 3, 2, 1 Wer verfolgt mich da denn? Eine He Scheiße Da bin ich raus Das war das erste Flugzeug Alter wieder Aber ich kann meine Pyloten unsicherheit bringen So sieht es nämlich aus Ja Er hat mich herausgefordert Ich antworte Ich habe auch Hees P-102 Und was ich auch ziemlich gut finde Cockpit an sich ne Ist schon geil Kann einiges Na wir sind Tabellenführer In unserem Team Mit zwei Abschüssen Fliegen wir ne Schleife Ah der will sich auf unsere Rodeau stürzen Oder was Das ist sein Plan Den kriege ich nicht Mein Konvergenzpunkt Liegt bei 50 0,50 So Oder 500 Meter Das ist ne Gladiator Die kriege ich viel besser Oh Habe ich ihm gleich sagen können Dass es die schlechte Idee ist Sich mit mir anzulegen 20 Millimeter Geschütze Da macht die Gladiator Oder was das auch war Gar nichts Und halt die Anfangsflugzeuge Kann ich auch nicht für Ich muss halt diese Flugzeuge spielen Wenn ich meine Die anderen Falschalten möchte Mein MK Geschütze ist leer 20 Millimeter Oh ein bisschen drosseln Oh ich bin zu schnell Ich glaube den Kill Kriege ich nicht Abschusshilfe Fuck Laden wir die noch mal So jetzt hier nix drum herum Nö Eine P40 Fury Wie ist mein Pferd Ah den kann ich schön kriegen Nicht treffen würde Der ist down Oh der hat schon ne BF100 Ah das ist ja dieser Jäger Stimmt Oh wieso stütze ich mich nicht auf den Der hat bloß nen Heckschützen drin Wollte ja auch passen Ah der ist auf Arsch langsam Holy shit Wie viel hab ich denn im Nacken Nicht gut Wo sind es denn Mein Team Alter Oh ne Harry Okay Double Kill Oh hab ich da gerade mal nen Heckschütze verloren Oh die begehen mich gut Scheiße der macht das nicht mehr lange Können wir den noch kriegen Können wir den noch kriegen Scheiße Musst du denn jetzt mal nem Gegend leer gehen Tuschertreffer Ich hab nix mehr Der geht down Bam Oh die dürfen mich nicht mehr treffen Aua Ja das war's Fuck Zu viel Schaden Dann fliegen wir das weg Aber ich hab im Zombie Modus noch einen gekillt sozusagen Heftige Scheiße Rasiert Ich hab aber noch ne He Schwächeres Modell Aber Der hat nur 20 Millimeter Ich hab dafür mehr Ja ein offenes Verdeck hab ich ja auch Cabriolet sozusagen A7 Abschüsse Deutlich über den zweiten Uh der erste bei denen ist aber auch nicht schlecht Da sind schon wieder so viele Rote Wo ist denn unser Team Da fliegt unsere Ju Das kann ich Aber vielleicht kann ich dem da unten helfen Wenn ich da so rein Setze Mit nem Sturzflug dahinter setze Und die alle wegficke Aua die haben sowieso gleich verloren Genau Ah die nimm Rod An das Visier nehmen Komm Sowieso schon Schade Ja der ist tot Der wär tot gewesen Ja Siehste Abschluss kam noch Schade 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 Schokolade Das wär noch lustig gewesen Ich glaub ich hab ich noch Ein paar Kids machen können Ja Mission erfolgreich Das ist doch schön Viel Forschung haben wir da gemacht Ja Machen wir das mal eben Noch 3000 Forschungspunkte Auf das Flugzeug Dann hab ich das auch schon Na ich würd's nicht unbedingt reintun Weil umso Wenn ich jetzt ins nächste Tier gehe Gehe ich auf wesentlich stärkere Gegner Aber ich hab gar nicht so viele Flugzeuge Die in dem Tier mithalten können Das wär natürlich nicht so geil Darum bewusst mit schlechteren Flugzeugen fliegen Um auch schlechtere Gegner zu erhalten Es geht immer nur um die Taktik Wie geht man's am besten an? Und man muss sich das Leben ja nicht unnötig schwer machen So Berlin Bodenangriff Leichte Fahrzeuge Ich fang wieder standardmäßig mit der MC 202 an Wollen wir nochmal gucken Oh, die Dose lade Ohne Spitfire Lege ich mich gar nicht an Ich gehe auf die Die gebe ich Treffer, Treffer Treffer Ich hoffe, ich hab dir den Brand gesteckt Ja, doch Mein Kid No, her ist Die U88 Lol Hatten Gebruchlandung Gewicht Guck mal Die dürfen nicht unsere ganzen Truppen wegbomben Das geht nicht Oh, ich will fast in unseren eigenen Mann reingeknattert Da ist sie Oh, oh Die Heckschützen Aua Aua Ja, fuck you doch Ich gucke nicht auf Treffer Ah, das ist mein Kill Nee Doch Ich wollte gerade sagen, Alter Da hatte ich schon fast wieder Angst Dass das in der Büx geht Lack und Mix Eine Lack 3 Ah, die setze ich hinter unsere Hehe oder was Ist gut klar Scheiße Der dodge mein Mein Manövern So Treffer Come on Hier schon wieder getroffen Beide im Links leer Treffer Oh, darf ich ihn heiß werden lassen? Jo Der hat aber auch echt krass gefressen Wir müssen die Ju runterholen Die Bomben uns hier gerade Alles kaputt Leut Abschluss Oh nein Oh nein Wir brennen Aua Komm 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 Will ich noch haben Steck ihn doch an Kritischer Treffer Kontrolle über das Heck verloren Jo Der kommt vielleicht von alleine runter Habe ich den Kiel jetzt noch gekriegt? Ja Habe ich So Was macht die Lack denn hier? Hallo Ach komm Mann Alter Was hast du mit dir? Ja Verfahr Uh Das hat aber auch richtig schön Jo Ränge haben keine Bedeutung Dann sind wir mal richtig krass auf den Sack gegangen Oh shit Da ist wirklich knappes Rennen Aber Ah Ich bin Ah Ah Hast du schon Ja Ah das wird eng der wird auf unsere hurricane, die andere hurricane wieder nichts getroffen in dem link das gibt es doch nicht oh Gott, das war komplett daneben, man das können wir gerade gar nicht gebrauchen schwupps ist er weg, Mission Studio abgeschlossen, ganz knapp geworden beste Staffel Terror des Himmels für den besten Piloten jo, eine Runde kriegen wir noch gebacken siehste, es geht doch guck oh, das ging ja richtig schnell holy shit dieses Mal starte ich mit der, glaube ich, oder? oh 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 holen wir uns wieder oh 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 Wow. Ja genau, wie lange ist die denn? Wie klemmt die denn? Oh, die Flex, ey. Ja, dein Querruder ist kaputt, mein Freund. Ja, Flugzeug ist verschwärts. Oh shit, da müssen wir ein hartes Manöver fliegen. Oh, mein Querruder ist kaputt. Lol. Ja, das war jetzt nicht so geil. Scheiße. Aber irgendwie war mein Ruder ein bisschen kaputt. Na ja, zwei Abschlüsse wenigstens gemacht. Na, die Jus müssen drauf gehen, naja, das geht nicht. Noch ein bisschen mehr und jetzt die Kürtel. So. Dich kriege ich auch noch. Das ist ja auch schon wieder so ein Scheißbomber. Ja. Eigentlich Free-Killer da runterfegt. Ja, da ist die schon dran. PBY ist immer schön. Uff, die ist auch kaputt. Feindliche Truppen verrichten. Wir sind im Feind voraus. Mach's schon gleich wieder zu Ende, Alter. Das ist echt hier ein knappes Ding. Was ist der denn? Der fliegt echt wie so eine angeseckte Sau, Alter. Heftige Scheiße. Ja, schöne Runde. Insgesamt schöne Folge, wie ich finde. Ich würde mich freuen, wenn ihr nächstes Mal nochmal wieder dabei seid. Ich kann nicht sagen, wann mal wieder eine neuere Folge rauskommt. Nach Lust und Laune. Aber bis dahin Ohren steif halten. Auf Wiedersehen. Tschö.